Diese CF-2020 TR steht ja sehr prominent bei Ihnen am Stand. Ist auch, glaube ich, eine Neuentwicklung. Was ist denn das für eine Maschine? Ja, also diese Maschine wurde speziell für das Schneiden von Anschlussfugen und Dehnungsfugen entwickelt. Und was kann die Besonderes? Der Vorteil von dieser Maschine, dass Sie kein Kühlwasser zum Schneiden benötigen. Also die anderen arbeiten alle im Nassbereich? Jawohl. Wie macht die das? Der Vorteil dieser Maschine ist, dass das Schneidgut direkt durch die Absaugung aufgefangen wird. Und es entsteht ja keine Schneidschlämme, deren Absaugung und Entsorgung sehr aufwendig ist. Das heißt, der Staub geht alle durch dieses Rohr in einen extra Behälter? Das korrekt. Und Sie können hier komplett ohne Kühlwasser arbeiten. Und das ist der Riesenvorteil dieser Maschine.